Hallo, herzlich willkommen zum e-Auto Vlog. Service, Nachrichten und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Der Entwicklungsleiter vom Porsche Taycan hat weitere Details ausgeplaudert. Die Besitzer in Amerika vom Porsche Taycan dürfen sich darüber freuen, drei Jahre kostenlos bei VW zu laden. Dann sind die ersten Bilder aufgetaucht vom BMW i4 und Tesla bietet seinen Kunden endlich in Norwegen mehr Service. Diese und viele andere Informationen folgen jetzt in den News. Zuerst habe ich eine interessante Nachricht für alle die gefunden, die ein einphasiges AC-Ladegerät in ihrem Elektroauto haben. Und zwar ist es so, dass die Juice Technology, die ja unter anderem auch den Juice Booster und diverse andere Ladegeräte vertreibt, ein Juice Phaser entwickelt hat. Ich habe jetzt gedacht, wow, was für ein cooles Gerät. Dort kann man, wenn man ein einphasiges Ladegerät hat, zum Beispiel in seinem I-Pace, Kona, e-Niro, Ioniq und, 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 deutlich schneller laden als vorher. Wenn wir jetzt die ganzen glorifizierenden Äußerungen in der Pressemitteilung einfach mal außen vor lassen, handelt es sich hier um eine, die auch von vielen Autoherstellern geliefert wird. Es handelt sich um eine Wallbox, mit der man einfach schneller laden kann. Der große Vorteil ist, dass man hier bei dem Juice Phaser eben dann nicht das Problem mit der Schieflast bekommt. Denn normalerweise hast du ja drei Phasen in Deutschland und wenn du nur eine nimmst, dann kippen die zwei anderen sozusagen weg. Und deswegen ist das eigentlich nicht erlaubt, dort über 20 Ampere zu gehen. Mit dem Juice Phaser oder den Wallboxen, die man von anderen Herstellern bekommt, ist das möglich, zum Beispiel mit 25 Ampere zu laden. Das heißt, man kann dann einfach deutlich schneller laden, also nicht wie üblich sozusagen mit der Haushaltssteckdose 3,7 Kilowatt, sondern 5,8. Also schnellstmöglich mit dieser langsamen Ladeart. Ich habe euch das einfach mal reingepackt. Interessant wird das in dem Fall, wenn wir wissen, wie teuer es ist, denn im Moment stehen keine Preise fest. Die Auslieferung soll im zweiten Quartal erfolgen. Da müssen wir uns also noch ein bisschen gedulden. Wenn das günstiger ist als eine normale Wallbox von einem anderen Hersteller, dann wäre das durchaus interessant. Allerdings muss man bei diesem Gerät dann auch noch das Typ 2 Ladekabel sozusagen ran switchen mit dem Juice Stecker. Ich habe ja diesen Juice Booster, insofern könnte ich das da einfach abmachen und das Typ 2 Ladekabel ran machen. Für andere ist das dann schon etwas schwieriger. Ganz interessant finde ich den Artikel hier in der Wirtschaftswoche. Lest ihn euch mal durch. Unter dem Video in der Beschreibungsbox findet ihr wie immer die Links zu den ganzen Artikeln, über die ich spreche. Und zwar geht es hier um die Mythen der E-Auto-Kritiker. Das große Problem ist ja, dass es viele Informationen gibt, viel gefährliches Halbwissen, was dann auch immer noch weiter verbreitet. Und sich dann zu einer Meinung formt, zu einem Bild formt, das so gar nicht existiert oder nicht stimmt. Und in diesem Artikel von Stefan Hayek wird in der Wirtschaftswoche nochmal ganz deutlich die Themen, oder werden die Themen ganz deutlich besprochen, die so diese typischen Mythen sind. Nach dem Motto, das Elektroauto ist dreckig. Es fährt ja mit Kohle- und Atomstrom, was das letztendlich wirklich bedeutet für die Umwelt und, und, und. Also ein ganz interessanter Artikel, der geht über drei Seiten. Lohnt sich mal auf jeden Fall, den durchzulesen, um sich mit den Mythen zu beschäftigen. Denn je mehr du dich zu dem Elektroauto bekennst, wenn du es eins fährst oder darüber nachdenkst, eins zu kaufen, desto mehr wirst du mit diesen Mythen konfrontiert werden. Und das ist einfach wichtig, dass du auch mal einen anderen Blick bekommst, um dann in die Diskussion einzusteigen. Ob du das willst, ist dir natürlich selber überlassen. Am Anfang ist man meist ganz engagiert und diskutiert gerne. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt Situationen, in denen ich einfach nicht mehr diskutiere. Das ist meist abhängig vom Alkoholpegel, der Gesprächspartner und natürlich auch vom Ort. Denn natürlich diskutiere ich gerne mit Menschen, die offen sind, eine vernünftige Diskussion zu führen. Aber gerade wenn es in Richtung Stammtisch oder Sonstiges geht, dann macht das häufig gar keinen Sinn, weil die Vorurteile einfach zu groß sind und auch mit Argumenten nicht widerlegt werden können. Vielleicht hast du es schon gesehen, Audi schaltet den Konfigurator für den e-tron freien. Ich habe mir natürlich auch einfach mal meinen e-tron, ich sage mal in der Sparversion, zusammengesucht, denn ich wollte ganz gerne wissen, was kostet er minimal. Und was habe ich reingemacht? Ich habe da wirklich ganz wenig mit reingemacht. Also eigentlich nur die Sitzheizung und die Vorklimatisierung, das finde ich sehr wichtig. Und dann noch die Anhängerkupplungsvorbereitung, denn ich denke, so ein Auto, was ja so in Richtung Kombi, SUV, Crossover, Anhängerverschnitt geht, muss einfach eine Anhängerkupplung mit dabei sein. Da ich sie persönlich jetzt nicht brauche, habe ich zumindest die Konfiguration so gewählt, dass man sie im Nachhinein dann günstig anbringen kann. Und das Interessante ist, ich lande da so bei 81.000 Euro. Insofern kann man den Audi e-tron auch recht günstig konfigurieren. Es muss nicht sofort immer die 100.000 Euro sein, denn der Basislistenpreis beginnt bei 79.900. Und was ich in den Foren gelesen habe, die ich zu dem Thema durchsucht habe, ist, dass man auch durchaus hier verhandeln kann. Ein gutes Argument, was man hier mitbringen sollte, ist, ja, die schlechte Ladeinfrastruktur, gerade für den Audi-Verkäufer natürlich. Das rote Tuch, wenn der Kunde sagt, ja, aber wo soll ich laden? Dann kann man hier durchaus Preisnachlass im einstellenden Bereich bekommen. Also es lohnt sich hier zu fragen. Und insgesamt scheint das Auto sehr komplett zu sein. Björn Nüland hat es ja schon ausgiebig getestet, hatte bisher jetzt einen Maulkorb. Der Maulkorb wurde zum Teil von seinem Mund genommen. Das heißt, seit heute Vormittag darf er sprechen. Also sprich, das erste Video ist raus zum Verbrauch. Dort ist er bei 90 km pro Stunde im Winterbetrieb, es waren so minus 5 Grad schneenasse Straße, also nicht frischer Schnee, aber immer so dieses typische Salz-Schnee-Gemisch, ist er 330 km weit gekommen. Also das heißt, der Wagen hat eine durchaus interessante Reichweite. Viele Tests kommen ja so auf 30 kWh pro 100 km. Der Verbrauch hängt natürlich immer von der Fahrweise ab. Also insofern kann man damit rechnen, insbesondere aufgrund der hohen Ladeleistung, die der Audi hat und der großen Puffer, die sowohl oben als auch unten in der Batterie eingebaut worden sind, dass er relativ lange schnell lädt und man dementsprechend mit dem im Verhältnis zur Bruttokapazität recht kleinen Akku dann doch vernünftig schnell vorankommt. Und wie das dann in der Praxis aussieht, müssen wir einfach sehen. Ich werde natürlich dann auch Langstreckentests machen, um zu sehen, wie der e-tron sich in der Praxis dann schlägt. Alle, die sich für den Porsche Taycan interessieren, werden sich darüber freuen, dass jetzt der Leiter des Elektroprojekts Taycan in Norwegen, und zwar Stefan Weckbach heißt er, gegenüber den Vorbestellern in Norwegen insgesamt, sind sogar 3.000 dort, schon einige Fragen beantwortet hat. Und insofern steht es jetzt relativ sicher fest, dass er 90 kWh Kapazität und einen 22 kW Lader an Bord haben wird. Das finde ich richtig gut, dass hier beim AC Lader nicht gespart wird. Und ich kann nicht häufig genug sagen, wie wichtig das ist, dass AC schnell laden möglich macht, also mit 22 kW. Und nicht diese ganzen Einphasen Lader, die dann dann nur irgendwie mit 6,2 oder die drei Phasen, die mit 11 kW laden. Hängt natürlich immer von der Akkugröße ab, aber bei diesen 80, 90, 100 kWh Akkus ist 22 kW einfach sinnvoll. Und dementsprechend freue ich mich natürlich sehr darüber, dass der 22 kW Lader an Bord sein soll. Wie schnell kann er DC laden? 250 kW, also nicht die vollen 350 kW, die jetzt an einem HPC Lader für 800 Volt System Fahrzeuge möglich sind, aber mit 250 kW. Und dadurch ist geplant, dass er innerhalb von 4 Minuten eine Reichweite nach NIFZ natürlich von 100 km nachladen soll. Also insofern klingt das ganz interessant. Der Sport auf 100 soll in 3,5 Sekunden, 12 Sekunden nach 12 Sekunden 200 km erreicht sein. Und die Reichweite nach NIFZ 500 km sein. Das heißt, wir reden hier in der Praxis, denke ich mal, so von 250 bis 300 km. Je nach Fahrweise natürlich. Das ist natürlich für alle eine interessante Nachricht, die den Porsche Taycan vorgestellt haben oder ihn gerne vorbestellen wollen. Alle, die ihn dann fahren möchten, die freuen sich natürlich insbesondere, wenn sie in Amerika sind. Denn bisher war ja immer die Frage, wie wird dort die Ladeinfrastruktur für den Porsche Taycan bereitgestellt? Jetzt ist es raus und zwar wird VW, die ja im Rahmen dieser, ich sage mal, Reparationszahlung für den Schaden, den sie dort in Amerika verursacht haben, durch den Dieselskandal verpflichtet worden sind, eine landesweite Ladeinfrastruktur aufzubauen. Und der Porsche Taycan kann an dieser, das ist im Electrify-America-Netz eingegliedert, der kann da drei Jahre lang kostenlos laden. Also es ist so ähnlich wie hier in Deutschland und Europa für die frühen Eigentümer vom Tesla, Model S oder X, dass sie eben halt auch entsprechend einige Zeit kostenlos laden können. Erste Bilder vom BMW i4 sind aufgetaucht. Da es die ersten sind, natürlich noch, ich sage mal, recht sparsam. Also einfach ein Prototyp, der getarnt ist auf einem Autotransporter. Aber man sieht, BMW ist hier dran. Wie ihr vielleicht wisst, der i4 soll ja erst 2021 kommen. Also insofern ist auch noch genug Zeit, dass das Fahrzeug dann getestet und vorgestellt wird. Für alle, die auf die HPC-Lade, auf die Ultraschnell-Ladeinfrastruktur angewiesen sind, war es natürlich eine sehr schlechte Nachricht. Ich glaube Freitag oder sowas kam das raus. Und zwar ist es so, dass aufgrund eines Defekts bei einem Stecker der Hersteller die Ladeinfrastrukturbetreiber gebeten hat, die Lader abzuschalten, bis der Fehler erkannt gelöst wird, sodass es da nicht zu weiteren Problemen kam. Also das heißt, aktuell ist es so, dass quasi alle Ladeanbieter die Ladestationen geschlossen hatten. Und insofern hoffen wir, dass jetzt demnächst hier wieder die Lader offen sind, damit man halt entsprechend schnell laden kann. Das aktuelle Update findest du auch hier wieder unter dem Video über den Link, denn electriff.net ist hier dabei, immer wieder die aktuellsten Nachrichten unter diesen Artikel zu packen, damit ihr wisst, wo ihr wann wie laden könnt. Und ich hoffe, dass ihr davon nicht betroffen seid. Ja, vielleicht habt ihr das Video von Björn Nüland gesehen, der einen ganz normalen Servicetermin für seinen Tesla Model X im Dezember hatte. Hat den Termin, ich glaube, das wusste er selber nicht so genau, im August oder sowas vereinbart. Also das heißt, mit vier Monaten Vorlauf wurde der Termin gemacht und hat insgesamt dieser normale Servicetermin über vier Wochen gedauert, bis dann endlich sein Fahrzeug fertig war. Es gab auch nicht ein Ersatzfahrzeug, weil keins da war. Also um es kurz zu machen, der Service von Tesla ist in Norwegen katastrophal. Dementsprechend ist es natürlich eine gute Nachricht, dass Tesla hier die Servicekapazitäten aufstockt. Also es sind 360 Neuanstellungen gemacht worden. Das heißt, die Servicemitarbeiter haben sich verdoppelt und die Zahl der Servicecenters auf 13 erhöht worden. Hier folgt man sozusagen den großen Anforderungen, den Problemen, die es bisher gab und versucht, sie so zu reduzieren. Es gibt natürlich auch noch weitere Pläne für weitere Servicecenter und auch den Einsatz von mobilen Servicefahrzeugen. Insgesamt sind natürlich in Norwegen im Verhältnis zu den Einwohnerzahlen, Auto, Zulassungen, extrem viele Tesla unterwegs. Aber nichtsdestotrotz zeigt das, dass Tesla hier wirklich Mühe hat, dann auch den Servicestandard zu halten, wenn die Nachfrage extrem groß wird. Aktuell ist es ja so, dass es vielleicht auch ein ganz guter Punkt ist, dass das Tesla Model 3 in Deutschland nicht in so hohen Stückzahlen gleich zum Start verkauft worden ist, wie das ursprünglich vielleicht angenommen worden ist. Wir liegen jetzt so bei gut 3000 Fahrzeugen. Dementsprechend ist es so, dass sozusagen die Hälfte der schon vorhandenen Fahrzeuge, also Tesla Model S und X, gibt es so um die 8000 knapp, dass die Hälfte sozusagen dazukommt. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn jetzt auf einen Schwung, weiß ich was, 20.000, 30.000 Model 3 gekommen wären. Dann wäre hier alles zusammengebrochen, denn es gibt immer wieder irgendwelche Verzögerungen und Probleme, die nicht immer in der Verantwortung von Tesla liegen, muss man ganz fairerweise sagen. So habe ich zum Beispiel erfahren, dass sie seit, ich glaube, zwei Jahren oder so versuchen, sie verzweifelt in Hannover in ein Servicecenter dort zu etablieren und immer aufgrund, ich sage jetzt mal Seilschaften, werden im letzten Moment dann die geschlossenen Deals wieder verhindert, sodass sie da einfach nicht den Fuß in die Tür bekommen, so die Info, die ich bekommen habe. Aber auf jeden Fall ist hier dringender Handlungsbedarf vorhanden und man merkt das. Also ich habe jetzt zum Beispiel für einen Kunden, für den wir jetzt gerade das Auto gekauft haben, einen Servicetermin gemacht und das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Da muss man ganz genau sagen, was an dem Auto zu machen ist im Vorfeld. Und dann wird auch genau nur das gemacht, was auf der Anforderungsliste sozusagen stand. Da gibt es dann jetzt nicht die Möglichkeit, im Rahmen einer Dialogannahme sozusagen im Vorfeld des Termins das zu regeln, sondern man muss das wirklich im Vorhinein machen und sagen, hier, pass auf, das sind die ganzen Reparaturen, man muss das auch schriftlich einreichen, dann dauert das wieder ein paar Tage, bis man eine Antwort bekommt, dann gibt es den Termin zum Glück innerhalb von 14 Tagen und dann kriegt man sozusagen das Auto erst wieder zurück. Also auch hier merkt man, das ist richtig straff jetzt durchorganisiert worden, um möglichst viele Kapazitäten frei zu haben. Für alle, die sich so zum Thema Batteriemontage interessieren, habe ich hier bei elektriff.net einen interessanten Artikel gefunden zum Werksbesuch von Daimler in Kamenz. Dort werden für den EQC die Akkus montiert, denn die Zellfertigung findet natürlich im Ausland statt. Das heißt, hier in Deutschland wird das sozusagen nur noch veredelt. Ich hatte es heute Morgen schon in der Kieler Nachrichten, also in unserer Regionalzeitung, gelesen, dass Kiel jetzt das Reallabor für die Elektromobilität wird. Sie haben einige Fördermittel bekommen, Fördergelder und jetzt wird richtig geklotzt und nicht nur gekleckert, denn bisher war es so, dass es zwar 42 Elektro-Ladestationen gibt im Stadtgebiet, aber dazu muss man wissen, ein Großteil dieser Stationen sind an einem Punkt, nämlich auf dem Gelände der Stadtwerke. Die anderen sind, ich sage mal so willkürlich, ich will jetzt keinem zu nahe drehen, aber willkürlich verteilt, also nicht an den wirklich sinnvollen Plätzen. Und es gibt natürlich auch noch das Problem mit der Zugangsbarriere. Also sie sind nicht im Roaming die Säulen, sondern man muss da so eine spezielle App dann wieder runterladen. Dann muss man 2 Euro für den Start zahlen, dann darf man 30 Cent pro Kilowattstunde zahlen. Und, und, und. Also es wird so richtig schwer gemacht, da zu laden. Wer da sein Elektroauto an den Säulen von den Stadtwerken Kiel laden will, der muss leiden können, der muss Geld übrig haben und sagen, ich möchte das jetzt unbedingt. Oder er ist natürlich Kunde der Stadtwerke und kriegt dann andere Konditionen. Also gerade für eine Stadt, die viele Touristen hat, nicht gerade die besten Voraussetzungen. Mal schauen, ich versuche da mal Kontakt aufzunehmen und zu zeigen, wie man mit Ladestationen auch Geld verdienen kann. Denn, ihr hattet es vor einigen Sendungen ja gehört, mit 3 bis 5 Ladungen pro Tag bei einer Marge von 11 Cent, die sollten ja die Stadtwerke auf jeden Fall haben, kann man Typ 2 Ladesäulen schon profitabel betreiben. Man muss aber die Leute natürlich auch dorthin locken, also sprich vernünftig oder faire Konditionen geben und nicht solche Abwehrkonditionen, wie das jetzt aktuell noch der Fall ist. Das Interessante ist hier, vielleicht wisst ihr es ja nicht, aber Kiel ist trotz seiner Lage oder wegen seiner Lage an der See die viertdreckigste Stadt Deutschlands. Das heißt, nur Stuttgart, München und Reutlingen sind dreckiger. Es wird also höchste Zeit, dass die Luft hier in Kiel besser wird. Und insofern ist das Ganze nicht nur zum Thema Ladeinfrastruktur, sondern auch insgesamt eingebettet worden. Das heißt, der öffentliche Nahverkehr soll elektrifiziert werden und der Hafen. Und das ist natürlich eine ganz interessante Kombination. Auch die Ladeinfrastruktur, also die Stromversorgung fällt damit runter. Insofern wüsste Zeit, dass hier in Kiel was gemacht wird und die Voraussetzungen für die Elektromobilität verbessert werden. Die Nachricht fand ich richtig gut, nämlich, dass die Mineralölbranche mittlerweile fürchtet, Wettbewerbsnachteile zu haben durch die Elektromobilität, durch ihre Förderung. Das zeigt, dass die Elektromobilität und das, was für die Mineralölbranche daraus entsteht, so langsam eine Dynamik erhält, die die Branche aufhorchen lässt. Das ist sozusagen die positive Variante davon. Die negative ist wieder Lobbyismus. Wir werden sehen, was daraus erwächst. Auf der anderen Seite, und das ist ja das Interessante, das sehen wir hier in dem nächsten Artikel von ecomento.de, hat die Bundesregierung mittlerweile auch richtig Druck. Also sie bekommt ja Druck, die Elektromobilität einzuführen wegen der Klimaziele, die sie erreichen muss. Und auf der anderen Seite bekommen natürlich auch die Unternehmen Druck durch den Flottenverbrauch. Und dementsprechend gibt es jetzt hier eine, ich sage mal, Machtverschiebung oder Interessenverschiebung in den verschiedenen Branchen. Und vielleicht läuft es darauf hinaus, dass die Mineralölbranche dann irgendwann nur noch das Mineralöl zur Verfügung stellt, um daraus weitere Produkte zu entwickeln und es nicht einfach nur, ich sage mal, in Anführungsstrichen sinnlos für das Fortkommen zu verbrennen, sondern eben halt dauerhafte Sachen daraus zu machen, weiß ich was wie Plastik oder sonstige Gegenstände. Also insofern ist hier nach meiner Entschätzung jetzt gerade so ein Wandel, der eingeleitet wird. Und dementsprechend bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall fordert hier auch der Verkehrsminister bessere Ladetechnik, denn sein Argument ist, ohne eine entsprechende Ladeinfrastruktur werden wir keine Elektroautos verkaufen. Wenn wir die Elektroautos nicht verkaufen, dann wird das teuer für Deutschland und für sein Unternehmen und kostet natürlich dann auch entsprechend Arbeitsplätze. Ja, soweit zu den heutigen News. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Ich fand da mal ein paar sehr interessante Dinge mit dabei. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Kommentare habt oder auch Korrekturen, freue ich mich darüber, wenn ihr sie unter dem Video einfach hinterlasst. Und wenn ihr gerne den Kanal unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen, indem ihr ganz einfach hier auf das Elektroauto und Point of Interest klickt und die Benachrichtigung einstellt. So kriegt ihr die Information, wenn ein neues Video rauskommt. Und ich kann euch versprechen, morgen kommt das nächste auch wieder ein Video aus der Kälte, aber es geht nicht um Camping. Ich freue mich, wenn wir im nächsten Video uns wiedersehen. Bis dann. Dein Dirk Henningsen.